Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute wir zeigen ein Tutorial für Halloween. Halloween, Leute fragen jetzt, was ist Halloween? Hello bedeutet Mirdita, Hallo auf Albanisch. Wien ist eine Stadt in Austria, Österreich. Deshalb Halloween, ich verstehe auch nichts, aber das ist die Bedeutung von diesem Wort. Heute ihr seht, wie man ein brutales Kostüm für Halloween findet. Erster Schritt, ihr braucht ein brutales Outfit. Wie dieser Mann, er hat jetzt ein brutales Outfit. Karate, Bandome, Jackie Chan, alle haben dieses Outfit. Normalerweise laufen diese Spiele wie Prinzessinnen, Ballerinnen, Halloween. Wir sind mit Karate, diese. Aber dieser schmeißt ihn weg. Er hat rote Gürtel. Damit euer Kostüm super gefährlich aussieht, ihr müsst nehmen diese Gürtel von Armani. Ihr macht so in eurem Bauch. Armani. Ihr könnt auch von Hugo Boss oder Gucci nehmen, nur ein kleines Beispiel, ist nichts wichtig. Ihr nehmt von dieser Armani lieber nicht schwarze Gürtel, ihr nehmt von Armani. Das war der zweite Schritt. Dritte Schritt, ihr müsst laufen, gefährlich. Es ist nicht so. Ihr müsst so wie Vendome, bloß raus wie Vendome und dann ihr steht so gefährlich. Das war der dritte Schritt. Vierter Schritt, die ganze Schwule gehen 18 Uhr, 19 Uhr, gehen raus, Süßigkeiten sammeln. Ihr wartet bis 21 Uhr, 22 Uhr. Dann ihr geht raus und sucht die Leute, die gesucht haben, Süßigkeiten. Diese andere. Ihr geht hin und dann greift ihr deren Süßigkeiten, nehmt die einfach weg. Habt ihr verstanden? Ihr müsst nichts rauslaufen, singen, tralalala, singen auf der Tür. Ihr müsst einfach suchen jemanden, der gefunden hat, Süßigkeiten, verstanden? Wir zeigen ein kleines Beispiel. Jetzt kommt vierter Schritt. Beispiel auf Straße. Jetzt kommt zum Beispiel eine der Süßigkeiten gesammelt. Das hier ist unser verrückter mit Kostüm. Jetzt kommst du rein. Er hat schon Süßigkeiten gesammelt in diesem Chor. Jetzt wichtig, hey, Kadole, Kadole. Jetzt wichtig, drei Stellen, drei Positionen. Es ist einmal diese Tasche, diese Tasche und hinten diese Tasche. Drei, drei Positionen. Einmal Schlüssel von seinem Auto, einmal Portemonnaie und einmal sein Telefon. Einmal, verstehst du, diese Tasche, diese Tasche, diese Tasche. Jetzt, Süßigkeiten, brauchst du nichts beachten. Du gehst einfach und nimmst diese drei Tasche. Los, zeigst du den Leuten. Gib mir dein Geld. Ey, oh, gib mir dein Geld. Okay, okay, ich habe aber nur mein Handy. Einfach X. Bravo, Rösel. Einfach, du schützt es auch nicht. Einfach, Einfach X, den nehme ich, aber. Habt ihr verstorben? Das geht ganz schnell. Jetzt, ich habe ein neues Telefon, aber sagst du nichts Bescheid. Das war ein kleines Tutorial für Halloween, wie man anzieht wie eine Brutale mit Karate. Armani-Anzug, da habe ich zu. Habt ihr verstorben? So seht ihr, seid ihr brutal wie Vandome. Nichts vergessen, Leute, Glocke zu aktivieren, abonnieren, Kommentar zu schreiben. Nichts vergessen, Glocke zu aktivieren, es ist ein Potter.